Hallo und guten Tag! Meine Lieben, vielleicht ist dem einen oder anderen gestern aufgefallen, ich habe es zum Glück relativ schnell gemerkt, ich habe bereits gestern ein Video hochgeladen mit den auslaufenden Produkten aus dem Jahreshauptkatalog. Unglücklicherweise ist mir ein fataler Fehler passiert, den ich ausgemerzt habe und so habe ich dieses Video jetzt einfach nochmal gedreht. Kann passieren, sollte nicht, gerade bei so einem langen Video, aber fangen wir doch einfach nochmal neu an. Klappe nochmal! Okay, folgender Fehler ist mir passiert. Und zwar kann ich euch das, zum Beispiel, in der Auslaufliste ist das Orchideen-Set drin. Meiner Meinung nach war das da drin. Was aber da drin war, war das Produktpaket der Orchideen. Das heißt, im neuen Katalog wird es die Produktpakete nicht mehr geben, es gibt aber das Stempelset und auch die passenden Framelits separat voneinander. Nur das Produktpaket ist rausgegangen. Das habe ich schlicht übersehen, das war mein Fehler und deswegen ist hier im ersten Video doch einiges mehr weggestrichen worden, als es eigentlich sein sollte. Und so mache ich das jetzt einfach nochmal und naja. Aber gut, fangen wir vorne an. Für diejenigen, die es nicht gesehen haben. Also, ich erzähle euch kurz, was bleibt, was geht, gehe den Katalog relativ fix durch, weil auch anhand der Auslaufliste könnt ihr das natürlich sehen. Aber da können Fehler passieren, das ist sehr unübersichtlich, wie auch mir passiert ist. Von daher ist es wahrscheinlich gar nicht schlecht, so ein Video zu drehen. Also, fangen wir ganz vorne an. Einmal kurz gucken. Ja. Das Kartenset Grüße wie gemalt wird uns erhalten bleiben. Der Planer geht leider raus. Solltet ihr also fürs nächste Jahr diesen Planer noch nutzen wollen, auch das Nachfüllset geht raus. Bestellt euch das noch, dann habt ihr noch ganz lange was von diesem tollen Planer. Das Kartenset Gute Laune Grüße geht raus und auch das Projektset An dich gedacht für heißt Prägetechnik wird uns verlassen. Schönheit des Orients bleibt, auch die Thinlets bleiben. Das einzige, was rausgeht, es wird im neuen Katalog diese beiden nicht mehr als Produktpaket mit 10%igen Preisnachlass geben. Das heißt, ihr könnt es auch im neuen Katalog noch bestellen, nur nicht mit dem Rabatt. Das heißt, wenn ihr da ein Auge drauf geworfen habt, dann lieber jetzt das Produktpaket über die Auslaufliste bestellen. 10% sind 10%. Bike Ride genau das gleiche. Das Stempelset und auch die Framelits bleiben, nur das Produktpaket wird es nicht mehr geben. Ebenso beim Orchideenzweig. Ans Herz gewachsen geht raus. Für besondere Anlässe, diese schönen Sprüche, diese vielseitigen Sprüche bleiben uns erhalten. Blühende Worte wird bleiben, auch die passenden Thinlets dazu. Thinlets und Framelits zeige ich euch zum Schluss nochmal. Flirty Flowers wird uns verlassen. Gut gewappnet und populär wird rausgehen. Quartett fürs Etikett bleibt, nur eben nicht mehr als Produktpaket mit der Stanze zusammen, wo man sich 10% spart. Aber sowohl Stanze als auch Stempelset werden erhalten bleiben. Flourshop geht und das Stempelset Flourshop ist leider auch schon ausverkauft und vergriffen. Aber die Stanze war zumindest heute Morgen noch verfügbar. Glasklare Grüße bleibt. Café Olé bleibt. Allerdings auch hier das Produktpaket geht raus. Das heißt, es ist nur noch separat bestellbar. Die Bannereien bleiben. More Than Chocolate geht raus. Feierstimmung geht raus. Und auch Going Far geht raus. Für ganze Kerle geht raus. Kleine Wünsche geht raus. Ich kann euch sagen, hierfür gibt es einen ganz tollen Ersatz. Sowohl ein Männerset als auch ein Set mit kleinen Sprüchen. Allerdings nicht so klein. Wenn ihr also viele kleine Sprüche in wirklich klein haben wollt, für Kleinigkeiten, ist das hier sehr, sehr gut. Solltet ihr euch über die Auslaufliste noch bestellen. Ansonsten im neuen Katalog wird es einen adäquaten Ersatz geben. One Wild Ride wird uns erhalten bleiben. So Many Shells geht raus. Heartland bleibt drin. Dies und das wird uns verlassen. Ebenso mit Liebe geschenkt. Pop of Paradise. Kurz gefasst bleibt uns erhalten. Nur das Produktpaket geht raus. Die beiden englischen Sets hier gehen raus. You deserve this. Und Marquee Messages. Das Set, was ich beim ersten Mal schon nicht aussprechen konnte, Kirkly Critters, nehme ich an. Im Herzen geht auch raus. You've Got Style mit der alten Dame wird uns erhalten bleiben. Die bleiben zum Glück alle da. Die Glücksschweinchen, Bella and Friends und Pretty Kitty. Ebenso wie genial vertikal und auch doppelt gemoppelt. Das hier ist ein ganz, ganz tolles und sehr vielseitiges, umfangreiches Set mit 19 Stempeln. Das wird uns alles verlassen. Message in a Bottle, Seaside Shaw und Fenster zum Glück. Wie zu Hause bleibt, nur das Produktpaket wird es nicht mehr so geben. Stille Momente bleibt. Graceful Garden bleibt. Allerdings nur das Stempelset. DSP und sonstiges geht raus. Nicht alles. Der Prägefolder Gartenspalier bleibt, glaube ich, erhalten. Zeige ich euch aber nachher nochmal. Abgehoben wird bleiben. Beverage Bar geht raus. Maßvolle Grüße wird raus. Gegen Text Gelator geht auch raus. Gambler Greetings geht raus. Und What's of Occasion geht raus. Tasche voller Sonnenschein bleibt uns erhalten. Nur das Produktpaket geht raus. World's Best Trophy geht raus. Bannerweise Grüße bleibt. Great Big Greetings wird rausgehen. Geburtstagskreation, das ist ja so ein, entweder man liebt es oder man hasst es Set. Ich will nicht sagen, ich hasse es, aber es war einfach nicht mein Geschmack. Es hat nicht meinen Geschmack getroffen. Von daher bin ich jetzt nicht so böse drum, dass das rausgeht. Geburtstagsblumen geht raus. Ich weiß, ganz viele lieben diese große Blüte hier oben. Äh, weil sie fantastisch zum Kolorieren ist und ganz toll aussieht. Ähm, noch sind sie erhältlich, äh, auch die, ähm, ne, dazu gibt's gar keine Framlets. Entschuldigung, ich war abgelenkt hiervon. Äh, dieses Set ist noch erhältlich. Zum Ehrentag und Meilensteine wird uns auch verlassen. Genauso wie Celebrate You und zum Geburtstag. Da trauere ich ein bisschen, weil ich mag ja so gerne die großen Sprüche. Aber es kommen tolle neue Sachen wieder, gar kein Problem. Super Duper geht raus. Konfetti Grüße geht raus. Five for All geht raus. Alles liebe Geburtstagskind bleibt. Nur das Produktpaket wird uns verlassen. Worte, die gut tun, wird uns verlassen. Ebenso die passende Stanze dazu. Die, ähm, Leventstanze Baum heißt sie. Äh, hoch. Icing on Cake wird uns erhalten bleiben. Birthday Blossoms geht raus. Das, das, da trauere ich. Das hier ist so schön. Genauso Stylist, ähm, Birthday wird auch rausgehen. Dieser schöne große Happy Birthday Spruch. Grund zum Feiern geht raus. Ice Ice Baby geht raus. Cupcake für dich geht raus. Und auch die entsprechenden, äh, Framelets dazu. Erhalten bleibt uns Party Ballons, Geburtstagsbanner. Ganz liebe Grüße geht raus. Da trauere ich auch drum. Weil ich liebe diesen großen Spruch. Den habe ich echt viel verwendet. Naja gut, man kann nicht alles haben. Blüten der Liebe geht raus. Always and Forever geht raus. Lemon zest bleibt. Allerdings, oh, hier habe ich einen Strich vergessen. Das hole ich doch mal gleich eben nach. Auch hier wird es das Produktpaket nicht mehr geben. Wunschbrunnen wird uns erhalten bleiben. Das schöne Set zum Kolorieren. Blüten des Augenblicks bleibt. Donnerwetter wird rausgehen. Florale Grüße bleibt. Allerdings nur das Stempelset. Hier überwiegend, bis auf die Stempelkissen natürlich, wird uns das verlassen. Das zeige ich euch aber nachher am Ende des Katalogs. Diese Seite bleibt komplett erhalten. Grüße voller Sonnenschein, nur Mut und Loyal and True. Hier bleibt uns erhalten, es tut mir leid. Und die Vogelhochzeit für dich da, die schönen Sprüche, gehen leider raus. Und auch die gehen alle raus. Herzliches Beileid in Gedanken bei dir und alles wird gut. Aber auch da habe ich schon gesehen, wird es einen tollen Ersatz für geben. Born to be Loved geht raus. Foxy Friends bleibt natürlich. Bookcase-Bilder geht raus. Die kleinen Feen werden uns erhalten bleiben. Einfach zauberhaft. Allerdings Moon Baby wird uns verlassen. Also, wenn ihr dieses Baby noch haben wollt, unbedingt dran denken. Little One geht raus. Tierische Glückwünsche bleibt uns erhalten. Und auch die passenden Framelits dazu. Allerdings als Produktpaket wird es das dann nicht mehr geben. No Bones About It geht auch raus. Die uneinbehrlichen Grüße bleiben uns erhalten und segensfeste auch, was ich sehr, sehr schön finde. Kommen wir zum Weihnachtsteil. Unter Mistelzweig wird rausgehen. Genauso wie Father Christmas und fröhliche Weihnachten. Nature Sings bleibt da. Ausgestochen weihnachtlich wird da bleiben. Entschuldigung, natürlich, der Lebkuchenmann und der kleine Elch, das muss unbedingt da bleiben. Nein, nein, das bleibt da und auch die Stanze bleibt natürlich da. Flockenzauber geht raus. Peace This Christmas geht raus. Adventsgrün und auch leider der Weihnachtsschlitten geht raus, was sehr, sehr schade ist. Hier gehört eine Stanze zu. Hier gehören Thinlits zu. Beides geht dann auch raus. Tannenzauber wird uns erhalten bleiben. Von den Socken geht raus. Weihnachtsstern bleibt uns erhalten, was sehr, sehr schön ist. Glockenläuten wird rausgehen. Ein Haus für alle Fälle geht raus. Basket of Wishes geht raus. Oh, du. Meine Vintage-Leaves geht raus. Ich liebe diese Blätter. Aber gut, nützt ja nix. Gänseblümchengruß bleibt selbstverständlich da und auch die passende Stanze Gänseblümchen wird erhalten bleiben. Einzig man bekommt es dann nicht mehr als Produktpaket. Die Paisley & Poises wird rausgehen und die Framelits dazu auch. Danke für alles bleibt uns erhalten. Genauso wie zum Dank. Von großer Bedeutung wird leider rausgehen, aber zwei Dankesprüche. Ich weiß gar nicht, ob im neuen Katalog noch etwas hinzukommt. Kann ich im Moment gar nicht sagen. Bunt gemischt bleibt. Allerdings, das DSP geht raus. DSPs. Übrigens gehen alle raus, bis auf eine einzige Ausnahme, was eine Besonderheit auch darstellt. Ansonsten, mit jedem Jahreshauptkatalog wechselt das DSP-Angebot komplett. Hier wird es dann auch das Produktpaket nicht mehr geben. Watercolor Wings geht raus. Hier habe ich einmal abgerutscht beim Durchstreichen. Ja, geht raus. Das blühende Leben bleibt drin mit der entsprechenden Stanze. Watercolor Words geht auch raus. Lovely as a Tree bleibt selbstverständlich. Das geht immer gar nicht. Liebelein bleibt auch, was sehr, sehr schön ist. Durch die Blume geht raus. Durch die Gezeiten. Mein nordisches Set bleibt uns zum Glück erhalten. Und auch mit Stil wird es weiterhin geben. Remarkable You und Swan Lake geht raus. Falling Flowers bleibt. Die Sets, die prädestiniert sind zum Kolorieren, werden alle erhalten bleiben. Country Living, Tuscan, oder Tuscan, Tuscan? Ne, ich glaube Tuscan wird es ausgesprochen. Vineyard und Mediterranean Moments wird auch bleiben. Genau so, ja, voller Farben bleibt uns erhalten mit den entsprechenden Tindits. Nur als Produktpaket gibt es das dann nicht mehr. Überall wo ich das hier mit erwähne, denkt bitte dran, Produktpakete, wenn ihr sie jetzt noch bestellt, haben diese 10% und das macht sich teilweise wirklich bemerkbar. Nicht nur teilweise. 10% sind 10%, das merkt man immer. Glückfrei Haus geht raus. Der Schmetterlingsgruß wird uns verlassen. Playful Backgrounds bleibt. Auch Baum der Freundschaft bleibt. Und Work of Art geht raus. Ein wunderschönes Hintergrundset übrigens. Touches of Texture bleibt. Awesomely Artistic geht raus. Da trauere ich auch ein bisschen. Dieses Blumenbouquet ist wirklich, wirklich schön. Aber man kann, ja, es geht halt nicht alles. Wherever you go geht raus. Timeless Textures bleibt drin. Schlüssel zum Glück geht raus. Auch Garden in Bloom wird uns verlassen. Und beste Grüße. Hier haben wir die Besonderheit. Kreativkiste bleibt drin. Auch mit den entsprechenden Framelitsformen. Allerdings wieder Produktpaket wird rausgehen. Und das Designpapier im Block 6x6 Block Holzdekor wird uns erhalten bleiben. Das ist das einzige DSP, was im neuen Katalog auch verfügbar sein wird. Alles andere an DSP wird wechseln. Alles Palette, Your Princeless und Paint Play wird uns verlassen. Genauso wie Rosenzauber. Auch die entsprechenden Thinlitsformen, Rosengarten werden rausgehen. Auch hier, da haben unglaublich viele Leute mitgearbeitet. Floral Statements wird uns erhalten bleiben. Und schon sind wir bei den Hintergrundstempeln. Einiges geht raus. Es bleibt aber die Tree Rings, Marbled, Postscript, Sheet Music, Burlip und Hardwood bleibt. Wohingegen die Dahlia raus geht, die Streifen gehen raus, Watercolor Wash geht raus und die diagonalen Streifen gehen raus. Dann geht es weiter, meine Zeilen wird uns auch verlassen. Die hier gehen auch alle komplett. Ich muss gestehen, überhaupt nicht meins gewesen. Von Anfang an nicht. Von daher trauere ich so gar nicht. Aber einige werden dem nachtrauern, da bin ich mir sicher. Aber es kommen ja auch wahnsinnig viele tolle neue Sachen. Also raus geht, Hello Color, Garden Girl und Good Vibes. Dann wird uns verlassen You Move Me mit diesem flatterhaften Thin Lids, die den Schmetterling quasi zum Flattern bringen. Swilly Bird wird uns erhalten bleiben, genauso wie die Magical Mermaid, die kleine Meerjungfrau. Für Freunde wird rausgehen. Zum neuen Abschnitt wird rausgehen. Artistically Asian wird drin bleiben. Ja, schön, ich freue mich. Geschmackssache. War von Anfang an nicht meins. Aber alles gut, kein Problem. Orange Blossom wird uns verlassen. Zur Feder gegriffen ebenso. Flamingo Fantasy Blight. Das war der Schocker des Katalogs, also für mich zumindest. So viele Jahre wird rausgehen und die Framelits der großen Zahlen werden ebenso rausgehen, was für mich ganz persönlich ein Schocker war. Hätte ich nicht gedacht. Letters for You, das heißt die ganz großen Buchstaben bleiben. Und an sich die Buchstabensets, Handlettered Alphabet, Labeler Alphabet und Brushwork Alphabet, bleibt alles erhalten. Genau so, was ich sehr schön finde, kreiert mit Liebe wird uns erhalten bleiben. Dieses Set habe ich echt gefeiert. Da habe ich ganz viel mit gemacht. Das ist das sogenannte Angel Policy Set. Das heißt, hier ist der Copyright Stempel von Stampin' Up mit drin, den man immer dann braucht, wenn man Stampin' Up Produkte verwendet und diese zum Beispiel auf Märkten verkaufen möchte. Dann sollte, nicht sollte, dann muss laut Stampin' Up, nicht nur Stampin' Up, das machen eigentlich alle Firmen, die mit Stempeln arbeiten, dann muss das Copyright mit irgendwo untergebracht werden. So, das waren die Stempelsets. Kommen wir zu den Farben. Zu der Farberneuerung, die auf uns zukommt, habe ich ein separates Video gemacht, wo ich euch das alles nochmal in Ruhe aufzeige. Ich zeige euch die einzelnen Abschnitte, denn wir haben von Stampin' Up beim On Stage ein Color Coach bekommen, ein Farbfächer bekommen. Ein Color Coach ist es nicht, es ist eher ein Farbfächer. Und so kann ich euch wirklich alle Farben schon einmal zeigen. Es ist doch ein bisschen was anderes, wenn man die Farben direkt in der Hand hat, als wenn man es nur im Katalog sieht. Die kommen zwar schon recht gut raus, aber ich finde, in echt und in original ist es nochmal deutlich besser. Dazu gibt es gleich im Anschluss quasi ein entsprechendes Video, wo ich euch die neuen Farbfamilien auch zeige. DSP, wie gesagt, es geht alles raus, bis auf das Designpapier im Block Holzdekor. Das wird uns erhalten bleiben. Das wird alles verschwinden. Dann, alles rund um Erinnerungen und mehr, die Alben, die Einsteckhöhlen und so weiter, bleibt alles wie gewohnt da. Die Kartensortimente werden rausgehen, dafür werden neue kommen. Und gehen wir mal zum Basic-Papier. Was für mich ganz unglücklich war, ist der Farbkarton 12x12 in Schwarz geht raus und ist auch schon ausverkauft. Vanille Pur und Flüsterweiß in 12x12 wird uns erhalten bleiben. Das Glitzerpapier geht raus, dafür wird es aber einen schönen Ersatz geben. Die Zierdeckchen in weiß und metallisch werden rausgehen und Designacetat-Gelanzstück wird auch rausgehen. Hier wird es auch einen Ersatz geben, habe ich schon gesehen. Dann gehen Zellophanbeutel oder Zellophan-Tüten mit Boden die großen raus, nämlich 15,2x43,2. Die Motivklebebänder werden uns verlassen, da gibt es aber dann auch natürlich neue. So, und hier bei den Accessoires ist es andersrum einfacher. Wie ihr seht, ist hier sehr viel mehr abgestrichen, als übrig bleibt. Erhalten bleiben werden uns die goldfarbenen Buchklammern, was sehr schön ist. Die sind nämlich viel, viel schöner als die hier, finde ich zumindest. Die Akzente aus Wellpappe werden uns erhalten bleiben. Natürlich Perlenschmuck und Strassschmuck, das sind Basics, die bleiben auch. Was ich schön finde, die facettierten Glitzersteine werden auch da bleiben. Ich mag die sehr, sehr gerne, also ich habe sie auch viel verwendet. Parietten bleiben, Buchsbaumkranz bleibt und der Rest wird alles ausgetauscht. Bei den Bändern nehme ich jetzt andersrum das, was rausgestrichen ist. Und zwar, das finde ich sehr schade, hier das Geschenkband in Gold und Silber, weil das so schön schmal war, geht raus. Ich weiß gar nicht, ob wir einen Ersatz kriegen, habe ich jetzt gerade nicht drauf. Das bestickte Satirnband wird rausgehen in allen Farben. Geschenkband in Natur in Gold und Silber geht raus, was ich auch super schade finde. Geschenkband mit Stickkante geht in allen Farben raus. Gar Metallic Flair wird in Schwarz rausgehen, das heißt Kupfer, Gold und Silber wird uns erhalten bleiben. Geschenkband mit Mini-Fischgrätenmuster wird komplett rausgenommen, genauso die gestreifte Kordel. Bei der einfarbigen Kordel wird Currygelb und Aquamarine rausgenommen, das heißt uns bleibt erhalten Schwarz, Vandille, Pur und Weiß. Das Saumband in Knitteroptik, was ich auch super schade finde, das ist echt schön, wird auch komplett rausgenommen, genauso wie das gestreift gerippte Geschenkband, auch in allen Farben. Das ist aber klar, weil das sind die alten Inkolor, die verlassen uns ja, das ist ja keine Überraschung. So, Zubehör zum Kolorieren. Es wird rausgehen die Archivstempeltinte in Grau und in Anthrazitgrau und in Schwarz. Dafür wird es Ersatz geben, nämlich das Stason kommt zurück, was ich persönlich sehr, sehr gut finde, weil der Vorteil bei Stason im Gegensatz zur Archivtinte ist, dass man mit Stason auch auf ganz glatten Flächen wie Folie oder Glas stempeln kann. Mit der Archivtinte klappte das nicht so richtig gut, bis gar nicht. Also von daher bin ich überhaupt nicht böse drum. Was hier noch rausgeht, ist Stampin' Glitter in Gold und Silber, werde ich nicht vermissen, habe ich nicht benutzt. Und ansonsten bleibt hier alles so weit erhalten. Das finde ich super, super schade, ich liebe meinen Color Caddy. Es gibt aber neue Stempelkissen, die ein wenig anders aussehen. Die sind etwas, ganz kleine Stückchen, ungefähr 5 mm breiter, aber sehr viel schmaler. Beim Center Stage wurde uns mit auf den Weg gegeben, Stampin' Up arbeitet an einer Lösung, an einer neuen, alternativen Lösung für die Stempelkissenaufbewahrung. Leider konnte man uns noch nicht sagen, wann das so weit sein wird. Also harren wir der Dinge, die da kommen. Und hu hu hu, mein Flinkfix geht raus, aber ich habe mich eingedeckt. Das wissen wir schon ein bisschen länger, dass der Flinkfix rausgeht, auch der Nachfüller. Und so habe ich mich auf jeden Fall schon eingedeckt. Ich liebe dieses Klebemittel. Ja, ich weiß, auch da gibt es die Front oder die Seite, die dieses Klebemittel lieben und die andere Seite, die es abscheulich finden. Alle, die es dienen, deckt euch damit ein. Ja, der Rest bleibt uns erhalten. Hier verändert sich auch nichts weiter. Kommen wir zu den Stanzen. Das Wappen geht raus, die Abreißkante geht raus. Die kleine Mini-Kreishandstanze mit 1,16 Inch, das heißt 1,6 mm im Durchmesser, wird uns verlassen. Einer der Kreishandstanzen wird uns verlassen, nämlich 1,3 Achtel. Das macht aber gar nichts, finde ich zumindest, weil wenn man dann die Reihe mal durchgeht, ist immer ein Viertel Inch zwischen den Kreisstanzen dann dazwischen und man kann die sehr gut übereinander legen, weil immer ein Viertel Abstand ist. Die Stanze Stiefmütterchen, hatte ich vorhin erwähnt, geht raus, Glöckchen geht auch raus. Die Elementstanze Schleife wird uns verlassen. Dann, auch das hatte ich vorhin schon gesagt, die Elementstanze Baum wird uns verlassen und auch die Elementstanze Adventschmuck. Hier bleibt es wie gehabt, hier sind wir bei den Prägefoldern, der Christdorn wird rausgehen, Herzblatt, der Schmetterlingsschwarm und die Ziegel. Ziegel finde ich echt dramatisch, aber gut. Und das feierliche Duo geht auch raus, der Rest bleibt uns erhalten. Und einmal noch die Framelits, beziehungsweise gleich dahinter dann die Thinlits. Die Popcornschachtel geht raus, die Mini-Leckereintüte geht raus, zu Hause geht raus, also die Thinlits zu Hause. Die Framelits Geburtstagsfreunde, beziehungsweise Freude geht raus, das ist das Set mit dem Fuchs und dem Pudel und dem Koch. Die Schmetterlinge gehen raus, genauso wie ich blätter mal eben vor, die Thinlits Schmetterlinge und auch die Framelits Schmetterlinge. Es wird etwas Ähnliches geben, habe ich gesehen, was auch wirklich toll ist, aber es ist nur ähnlich, es ist nicht gleich. Das heißt, wenn ihr diese Schmetterlinge noch haben wollt, kauft euch die jetzt. Das, was nachkommt, ist was komplett anderes, aber es hat auch mit Schmetterlingen zu tun. Die Thinlits für Feiertage gehen raus, Cupcake-Kreationen und Coole-Kreationen geht raus, Ideengarten, Trautesheim und das Laub geht raus. Die Framelits von Herz zu Herz werden uns verlassen, die Etiketten-Kollektion, der Lorbeerkranz, liebevolle Worte, Flatterhaft, der Weihnachtsschlitten, Regentage, die Framelits Willkommen zu Hause und der Schockerhalt, die großen Zahlen. Thinlits Schmetterlinge habe ich eben gerade schon erwähnt. Ich glaube, das blühende Herz habe ich vergessen. Ich glaube, das geht auch raus, meine ich. Einen Moment, ich gucke nochmal eben schnell auf die Auslaufliste. Das ist Seite 215. Ich muss gerade mal eben schauen. Blühendes Herz. Jawohl, blühendes Herz und Weihnachtsstrumpf, die gehen auch raus. Die habe ich vergessen abzustreichen. Hole ich schnell nach. Die beiden gehen auch raus. So, dann haben wir hier den Weihnachtsmann, die Paisley, Rosengarten, das bleibt alles. Das waren die Framelits und Thinlits. Dann verlässt uns der Stample Magic. Das ist natürlich dem Stamperatus gezollt. Wobei, ich weiß nicht, ich hätte es glaube ich drin gelassen, weil den kann man für andere Dinge nochmal sehr gut benutzen. Ich kann es aber durchaus nachvollziehen. Ich werde meinen behalten. Solltet ihr in jedem Fall auch tun. Packt den nicht irgendwie weg, den kann man immer nochmal benutzen. Aber der Stamperatus ist für viele Dinge einfacher. Naja, aber sei es so. So, dann werden uns natürlich alle Gastgeberinnen-Sets verlassen. Ganz kurz nochmal erklärt. Die Gastgeberinnen-Sets kann man sich nur und ausschließlich mit Shopping-Vorteilen bestellen. Das heißt, Shopping-Vorteile erhält man ab einem Bestellwert von 200 Euro aufwärts. Bei 200 Euro sind es 10%. Das findet ich hier auf der Seite nochmal erklärt. Die Staffelung, bei wie viel Bestellumsatz oder Partyumsatz ist es ja, bekomme ich wie viel Shopping-Vorteile. Und nur mit diesen Shopping-Vorteilen, die ich mir dann erarbeitet habe, kann ich diese Sets bestellen. Wenn ihr also noch zum Beispiel für mich ganz persönlich Background Bits ist ein ganz, ganz tolles Set. Natürlich die Trunkle Tulips und Stadtland Gruß hat sich höchster Beliebheit erfreut. Ich persönlich konnte mit dem Set nicht so richtig was anfangen, aber ich glaube, das liegt daran, das war mir einfach zu viel und zu grisselig und zu bunt. Ich habe jetzt mittlerweile schon einige Projekte damit gesehen und finde die toll. Trotzdem war das nichts für mich. Aber tolles Set mit unglaublichen 60 Einzelstempeln. Das ist schon echt der Wahnsinn. Das geht auch raus. Einen Moment. Das war's. Was auch rausgehen wird, ist auf der ganz letzten Seite das Charity Set etwas Süßes. Bisher war es immer so, dass auf der letzten Seite ein spezielles Stempelset da war, womit Stampin' Up mit 2,25 Euro des Betrages die Ronald McDonald Häuser unterstützt hat. Die Zusammenarbeit mit den Ronald McDonald Häusern wird es auch weiterhin geben, nur in veränderter Form. Stampin' Up ändert da etwas am Konzept, möchte sich etwas breiter aufstellen und mit mehreren Organisationen zusammenarbeiten und nicht nur und ausschließlich mit den Ronald McDonald Häusern. Und von daher wird es zukünftig so ein Stempelset so nicht mehr geben. Okay, meine Lieben. Das war's. Ich habe fertig. Und ich hoffe, dieses Mal habe ich nichts vergessen und es hat sich kein Fehlerteufel eingeschlichen. Ich hoffe, das kriegen wir so hin. Gleich im Anschluss an dieses Video werde ich noch die Farberneuerung hochladen, wo ich euch das etwas genauer zeige und erkläre. Und ja, sollten irgendwelche Fragen aufkommen, sei es zu der Auslaufliste, sei es zu bestimmten Produkten, dann schreibt mich sehr gerne an. Das könnt ihr tun über meine Homepage, die da lautet www.die-papiertante-nf.de Und bei der Gelegenheit, so sieht der neue Katalog von Stampin' Up aus. Die Ergültigkeit hat ab 1. Juni 2018, bei mir sieht der noch ziemlich chaotisch aus. Ich habe meine Zettel noch nicht wieder rausgenommen. Ich bin noch nicht ganz fertig damit. Und ich darf ihn euch von innen leider noch nicht zeigen. Das darf ich erst ab 1. Juni. Aber ihr könnt diesen Katalog schon vorbestellen bei mir. Und zwar ab jetzt. Ich verlinke euch in der Infobox mal den Link, der direkt zu meiner Homepage geht, wo ihr diesen Katalog vorbestellen könnt. Und meine Kunden, meine bestehenden Kunden, das bedeutet, alle Kunden, die seit letztem Sommer, seit der, seit Gültigkeit dieses Katalogs bei mir eine Bestellung aufgegeben haben oder auch mehrere im Laufe der Zeit, brauchen sich den Katalog nicht vorbestellen. Sie bekommen den automatisch von mir kostenfrei zugesendet. Und alle Interessierten können sehr gerne eine Vorbestellung machen. Die bekommen den ebenso kostenfrei von mir zugesendet. Sobald er verfügbar ist und von mir vorbereitet ist, das wird Mitte, Ende Mai sein. Okay. Dann würde ich sagen, guckt in Ruhe durch, was für Lieblinge ihr noch braucht. Wenn ihr Fragen habt, kommt gerne auf mich zu. Bei Bestellungen könnt ihr sehr gerne auch über meine Homepage gehen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, was wie gesagt gleich im Anschluss kommt. Ein Video drehe ich jetzt noch im Rahmen der Infothek. Dann soll es auch gut sein, weil ich möchte euch zeigen, was wir beim OnStage Schönes von Stampin' Up erhalten haben. Und da sind nämlich auch schon ein paar neue Sets hier draus, die ich euch zeigen darf. Bis dahin und habt ganz viel Spaß. Ciao, ciao.